Hallo zusammen, heute zeige ich euch mal, wie man aus einem beliebigen Bild, in diesem Fall ein monochromes Bild, eine plotfähige Vektordatei macht. Wir importieren erstmal das Bild, das nehmen wir, und wählen dann die Funktion in Bitmap nachzeichnen aus. Hier sieht man, ich benutze Helligkeit ausschalten mit diesem Schwellwert 0,45, wenn man etwas runter geht, stellt man fest, dass man Details verliert, das heißt die Kanten werden schwammiger, in die andere Richtung wird es irgendwann deutlich dunkler und ich verliere Details, beziehungsweise es wird irgendwann komplett schwarz. Hier bei dem wirklich schwarz-weißen Bild ist es relativ egal, was man nimmt, wenn man jetzt mit Grautönen arbeitet oder womöglich mit Farben, das werde ich in einem der folgenden Tutorials noch einmal zeigen, sieht es etwas anders aus. Wir gehen jetzt hier einfach mal auf 0,45 wieder. Okay, jetzt hat er das umgewandelt in eine Vektordatei, das machen wir zu. Wenn wir uns das mal angucken wollen, hier direkt nebeneinander, ich gehe mal etwas weiter rein, hier sieht man relativ gut, das ist die JPEG-Datei mit den unscharfen Kanten und die Vektordatei dazu mit extrem scharfen Kanten, so wie es halt bei einer Vektordatei auch üblich ist. Jetzt gibt es noch etwas anderes, was ich euch gerne zeigen möchte, es gibt die Möglichkeit unter Inkscape die Kurven zu vereinfachen. Das hat bei extrem komplexen Geschichten den Vorteil, dass der Scanner ruhiger läuft, hat aber auch den Nachteil, dass man Details verliert. Ich dupliziere einfach mal dieses Objekt, jetzt haben wir zwei davon und gehe hier über Fahrt vereinfachen und man sieht sofort, was passiert. Ich verliere hier in dem Bereich extrem viele Details, weil ich oft deutlich weniger Punkte habe, wir können es mal angucken. Ich habe hier bei der Datei jetzt 89 Knoten, das sieht man, wenn man einmal draufklickt, wenn es einfach nur markiert ist, kriege ich es jetzt mal hin. Also wenn man hier draufklickt, sind es auf jeden Fall deutlich mehr als hier bei dem. Man sieht hier unten, sieht man 276 Knoten zu 89 Knoten. Ich werde jetzt allerdings die Variante behalten, weil die einfach schöner ist. Das löschen wir jetzt mal. Wo fährt der Plotter jetzt lang? Das können wir uns angucken über Füllung und Kontur. Objekt markieren, dann nehmen wir mal die Füllung weg und setzen eine Farbe für die Kontur. Das sind tatsächlich die Schnittkanten des Plotters. Da würde er also langfahren. Okay, lassen wir es gefüllt, sieht einfach schöner aus. Datei, jetzt kommt das, was ich in einem anderen Tutorial erklärt habe, Speichern unter. Wir wählen hier die DXF-Datei aus, wählen die Datei aus, unter der wir speichern wollen. Und ganz wichtig, setzen hier den Haken bei RoboMaster-Ausgabe. So, ja, kann er überschreiben. Das wäre jetzt die Datei, die man entweder im Silhouette Studio direkt importieren kann, oder alternativ kann man auch unter dem Inkscape direkt plotten. Wie das funktioniert, wird auch ein Thema in einem der folgenden Tutorials. Wenn euch das hier heute gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, abonniert gerne den Kanal, um Folgetutorials mitzubekommen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Vielen Dank!